Ihre Wertpapier-Orders geben Sie jetzt auch mit einem Fingertipp in der Secure Plus App frei. Ganz einfach, geben Sie zunächst alle relevanten Orderdetails ein. Und klicken Sie auf Weiter zur TAN-Eingabe. Ihre Orderdetails sehen Sie nun übersichtlich zusammengefasst. Prüfen Sie diese und klären Sie die Richtigkeit mit einem Klick auf den Button mit Secure Plus App bestätigen. Auf Ihrem Smartphone erhalten Sie nun eine Push-Nachricht aus der Secure Plus App. Loggen Sie sich wie gewohnt in Ihrer Secure Plus App ein. Prüfen Sie nochmals die Details Ihrer Order und mit einem Fingertipp auf Kostenpflichtig kaufen, bestätigen Sie Ihre Wertpapier-Order. So einfach, ordern Sie ab sofort Wertpapiere.